ja hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu stummelgeist mit mir dem interfox heute haben wir einen süßen löwenskin und wir haben noch frei was zu ziehen das werden wir aber später machen erst einmal spielen wir mal wieder ein paar runden und gucken mal was uns heute so erwartet by the way wenn ihr keine weiteren folgen verpassen wollt würde ich mich freuen wenn in diesem kanal abonniert favorisiert leicht und kommentiert vielen herzlichen dank und auch heute gehen wieder grüße raus an meine liebe cousine akira die schaut sich die streams immer wieder an und wir haben flofflip ich hasse flofflip und wir haben zwei haie drei griebe skelette das ist schon lustig ich bin voll süß keiner kann mir sagen nein nein sind noch gut dabei oder nicht du kannstierst du heißt dass du allein stets bestellierst du? nein nein Oh meinst du zwischengefallen? Oh wow what the fuck nein Und wir haben es geschafft. WTF, das ist ja ein süßer Gladiator. Oh mein Gott, gleich springt der noch weg. WTF, are you... Was? Lucia.0, ah, ich grüße dich. Ja. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Hat der ein kleines Triforce-Kerapter? Habt ihr das gesehen? Schreibt mal in die Kommentare, was es war. Was sagt, süß aus. Nächste Map, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Ja, ich würde sagen, es geht einfach mal weiter. Oh, der Lost Temple erreicht hier die Ziellinie. Ihr könnt aufgespielt werden, von einer fetten Kugel überrollt, von diesen kinderfreundlichen Pfeilen getroffen werden. So. So, ihr seht wie ein Pro das macht. Nein! Er wurde aus dem Weg getreten? Warum? Es war doch noch Platz. Was sollte das? Oh mein Gott, die Arme. Tschüss. Oh, 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 oh. Ja, ich hab's geschafft und... Gut, zwei Skelette und der grüne Typ sind immer noch drin. What the fuck? Pro-Gamer. Skelet-Troop all. Skelet-Alliance. Oh man. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Honeydrop. Oh Gott. Einmal schön in die Hände klatschen, würde ich sagen. Mach ich jetzt nichts, weil es geht sofort los. Nein, ich bin direkt zwei Stufen runtergefallen. Nein, ich bin direkt zwei Stufen runtergefallen. Nein. Nein. Nein! Schade. Damit bin ich raus, aber macht ja nichts. Puh. Aber immerhin, ich hab mich angestrengt. Honeydrop ist leider nicht ganz so meins. Ich hab's schon mal fast geschafft, dass ich der Erste werde. Leider klappt das nicht immer. Deswegen, ohne weiterzufahren, machen wir direkt die nächste Runde. Cannon Climb erreicht die Zielniveau. Dass wir Jungle Rondo... Das hat mich wirklich überrascht. Aber gut, los geht's, würde ich sagen. Oh mein Gott, die aus dem Weg geführt wurden. Oh mein Gott. Piu, 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 piu. Oh mein Gott. Nein! Nein! Warum? Spiel, warum? Oh Gott, die Bländer gehen an. Nein! Ach, Mann, oh. Egal. Ich lass mich nicht aufhalten. Weiter geht's! Los! Alles gleich. Ich glaub ich, ich spiel langsam verrückt ein bisschen in der Butterbirne. Okay? Humble Stumble! Errechnung die zugehe. Stumble? Humble Stumble, nicht Stumble. Ich bin dumm. Oh Gott, der Typ mit dem Goldskin läuft nicht los. Lass mal erstmal die anderen vor. Ich... Gehe... Nein! Mein Gott, seid ihr dumm. Mein Gott. Okay, jetzt läuft's gerade nicht. Weiter geht's. Oh mein Gott, dieser Löwenskinn ist aber auch süß, ey. Können wir doch nicht sagen zu, oder? Der ist doch süß! Eisheiß. eisige Höhlen eisige Höhlen eisige Höhlen Alter wie die alle herkriegen wir haben schon wieder hier gelöhnt man muss einfach nur schnell sein und nicht getroffen werden so wie der Ziel und dann macht man das so dann springt man links und landet mit einem Flug im Fluss tschüss und der nächste wuh oh mein Gott der Arme wow tschüss jajajaja hat's geschafft wenn der jetzt auch ins Ziel kommt wäre das richtig witzig nein oder nein 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 er hat's doch ins Ziel geschafft pfff das der Dude hat's doch ins Ziel geschafft mein Respekt an dich Stumbleguy8433 weiter geht's weiter geht's ein Gott der war witzig wieder einfach zweimal dagegen laufen ist und raus geschleudert wurde pain splash lustig weiter geht's ja mein Gott wie die helfe wieder weg ist ja mein Gott wie die helfe wieder weg ist ja da ist schon einer weggefallen kein noch einer noch einer Da hab ich, danke, ich weiß nicht warum er da rumsteht, aber... Oh, noch ein Stumble Guy, Junge, ha ha ha, ha, halt, guck mal! Das ist nicht geil. Nope, 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 Nope und Tschüss. Wow, er hat ein Spin gemacht. Oh mein Gott da ist der andere Stumble. Trau dich. Ich traue dich. Mäh, schon wieder weg, Alter. Oh mein Gott. Wir sind bei 10 Minuten. Weiß ich. Ich krieg schon Hustenatfälle wegen dem. Oh Mann. Oh, Bombardement. Fall nicht. Wir sind noch 8. Wir müssen durchhalten. Voll. 8 Meter voll. GG. 2 von 7 sind raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Arme. Die Arme. Die Arme. 3. Bitte nicht eine Kugel. Bitte nicht. Bitte nicht. Da. 4. Oh mein Gott. Der Arme. Oh mein Gott. Weg mit dir. 5. 6. Oh mein Gott. Dann gewinnen wir das jetzt. Bitte. Bitte sag, wir gewinnen das. 5. 5. 5. 5. 6. 7. Oh mein Gott. Der kommt nicht mehr weg. Er kommt nicht mehr weg. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 13. 14. 14. Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Ja! Ja! Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Boah, das Ding ist so süß. Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Ich fasse es nicht! Geil, 3000 XP, wow! 12,53, wir haben 13 Minuten, wir schaffen nicht noch einen, deswegen. Würde ich sagen, machen wir eine Ziehung, Alter. Ich bin richtig happy. Ziehen wir! Und entscheiden wir den Sinn für die nächste Folge. Okay, wir haben 55, also ziehen wir einen normalen Skin. Los geht's! Tourist Trucker, ausrüsten. Den haben wir jetzt, dann, das ist unser nächster. Ich würde aber sagen, wir ziehen einfach nochmal der, äh, der Spaß halber noch einen. Bin sofort wieder da. Und wir ziehen noch einmal, mal gucken, was wir rauskriegen. Drei Stumble Token. Jetzt haben wir schon 13, 35 kriegen wir einen epischen Skin. So! Ich hoffe, der heutige Part hat euch gefallen. War auch witzig, ey, wir haben ein Spiel gewonnen, jetzt haben wir drei Kronen. Läuft. Ähm, ja. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, Leute. Haut rein, macht's gut. Bis morgen und tschüss!